Wir haben Mittwoch, den 24. Mai, 5.52 Uhr. Ich wandle quasi noch als Laiche hier rum, aber heute soll es sehr warm werden oder heiß. Wir haben heute über 30 km auf dem Plan. Deswegen gehen wir heute sehr früh los. Ist ja auch machbar, weil wir niemanden gestört haben. Ja, dann viel Spaß beim Gucken. Adios. Bis zum nächsten Mal. 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 Heute gibt es wieder eine Überlänge, weil man trifft ja nicht immer auf dem Weg ein Musikant, der dann da ein bisschen singt und spielt. War sehr schön. Wir haben jetzt noch ungefähr zwei Stunden zu laufen und dann sind wir da. Da freuen sich meine Füße. Die quälen mich schon wieder. Okay, bis dann. Adios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, gucken wir mal. Jetzt muss ich erst mal Essen dabei. Ich habe nur einen per Weg, weil es lang und schwierig ist. Adios, bis morgen. Bitte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.